Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenfallen erkennen mit eurem Dimitri. Wir haben heute Dienstag den 13. Das ist ein Glückstag in Indien und es scheint mir was zu bringen mit eines Inder unter einem Dach zu wohnen. Denn wie ihr seht, ich habe mal wieder was gewonnen. Weil ich Amazon Kunde bin, das ist eine gute Ansprache, weil ein Großteil der Menschen Amazon Kunden sind, habe ich heute die Gelegenheit eines brandneues iPhone 8 zu gewinnen. Und um mich für dieses Sonderangebot zu qualifizieren, muss ich nur eine 30 Sekunden Umfrage mitmachen. Na das kann sich ja lohnen. Ihr könnt ja gedanklich mal mitzählen, wie lange wir dabei sind, ob das 30 Sekunden oder eher 30 Minuten sind. Hier kann ich schon Frage 1 von 6 im Hintergrund erkennen. Für die ganz Doven ist sogar der OK-Button im Amazon Design erhaltend, auf dem ein Pfeil zeigt. Lieber Amazon Kunde, bitte teilen Sie uns Ihre Erfahrungen mit Amazon mit und zum Dank erhalten Sie die Gelegenheit, Besitzer eines iPhones zu werden. Guck mal, hier unten steht auch direkt, dass Amazon nicht angegliedert oder von Amazon bla 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 auf irgendwelche Markenzeichen, Markennamen. Nein, ihr verwendet das einfach nur, aber ihr habt keinen Anspruch drauf. Hier steht jetzt leider nicht dabei, welchem unfairen Hund diese Seite gehört, aber wir werden sicher noch drauf kommen, weil ein Impressum finden wir hier nicht. Vor allem 100% Satisfaction Garantie, 100% Secure, ist klar. Ist klar. Gut, sind Sie männlich? Natürlich. Wie alt sind Sie? Da Dimitri wird irgendwann 30. Wie zufrieden sind Sie mit Service von Amazon? Was zum Teufel ist etwas enttäuscht? Entweder bin ich enttäuscht oder nicht. Etwas zufrieden. Entweder bin ich zufrieden oder nicht. Alleine weil es so traurig klingt, bin ich etwas zufrieden. Haben Sie Ihre letzte Bestellung bei Amazon schnell genug erhalten? Guck mal, jetzt müsste man ja eigentlich, wenn das wirklich Amazon wäre, so wie es dargestellt wird, schon wieder unterscheiden. Redet man vom richtigen Amazon oder redet man vom Marketplace-Angeboten? Weil da können die Konditionen ja stark, stark, stark unterschiedlich sein. Kam sehr pünktlich an. Schneller als gedacht ist. Irgendwie so das Gleiche, aber egal. Was kann Amazon verbessern? Angebot, Versand, nichts. Ist das eine geile Auswahl? Da drücke ich auf nichts. Was halten Sie von den Preisen? Das ist auch wieder so eine Frage. Amazon hat ein Riesensortiment in Tiefe und Breite und da kannst du nicht spontan fragen, was du von den Preisen hältst. Weil die haben von Büroklammer bis Auto kannst du da alles kriegen, um das mal übertrieben zu sagen. Aber die Preise sind natürlich großartig. Jetzt schicken die die Antworten ab. Der Produktbestand wird geprüft. Und jetzt dürfen wir uns vermeintlich eine Prämie unterhalten. Oh, gucke mal. Wie fanden sie diese Umfrage? Hier sind natürlich jetzt wieder diese ganzen Fake-Dinger. Mal gucken, ob die das auch veröffentlichen. Mal gucken, wenn das da jetzt auftaucht, dann feiere ich. Natürlich auch wieder alles so gehalten, als ob das von Amazon wäre vom Design her. Ihre Nachricht wurde abgeschickt und wird von unserem Team zur Verhinderung von Spam-Mitteilungen überprüft. Ist klar. Ist klar. Damit wird natürlich verhindert, dass hier irgendwelche seriösen Geschichten ankommen. Vor allem, what the fuck, schreibt hier mein Hautpflege-iPhone kam heute an. Kann mir irgendjemand in den Kommentaren erklären, was zum Teufel ist ein Hautpflege-iPhone? Hat da so verdammte Hornhauter-Hasbel am Hintergrund? Also du kannst dir die Füße massieren? Blöd. Ich liebe diese Umfrage. Ja, blöd. Dann bist du wirklich nicht so ganz... Nein, ich enthalte mich. So, gucken mal. Von den ganz Guten ist natürlich nur eines da. Alles hier wieder in Amazon-Design gehalten. Die Sterne, das vermeintliche Lieferdatum, Zustellgebühr, Prämie erhalten. Das ist nochmal das Einkauf-Button. Und wir wollen einfach mal gucken. Natürlich nehmen wir das teuerste, weil wir sind geile Russen. Da. Herzlichen Glückwunsch. Ihre Chance zu gewinnen wurde reserviert. Ihnen bleiben noch 5 Minuten, bevor es demnächst den berechtigten Besucher angebietet wird. Lesen Sie auf der Folgen die Einzelheiten zum Angebot. Geben Sie Ihre Lieferadresse an und entrichten Sie eine kleine Liefergebühr. 1 Euro. Ich glaube, ich weiß schon, was das hinausläuft. Ich habe mir das vorher nicht angeguckt. Ich bin hier vorher nicht durchgegangen und habe da mal rumgeklickt. Ich gehe davon aus, die betrügen dich hier einfach, indem sie deine Kontodaten haben wollen, weil du denen ja in irgendeiner Form diesen Euro überweisen sollst. Schauen wir mal, was kommt. Ha, guck mal. Jetzt sind wir hier schon wieder auf einer ganz anderen Sache. Hier unten steht jetzt schon wieder 10 Besucher auf der Seite. Noch 19 iPhones vorhanden. Und wenn wir mal gucken. Hier steht eines und hier steht drei. Also sind es vier. Während uns hier im Moment jetzt drei angezeigt werden. Was sich natürlich im Laufe dieses kleinen Videos, wird sich das noch ganz oft ändern, was hier steht. Hier gibt man sich jetzt wieder als Apple aus und der Bezug zu Amazon ist in jeder Weise verschwunden. Hier oben haben wir Apple-Symbol. Hier oben haben wir Apple-vermeidliche Suchfunktion. Was kann man natürlich alles nicht anklicken, weil das ein riesengroßer Fake ist. Hier geht es nach den Anstrengungen auf dieser vermeintlichen Amazon-Seite und darum, sich auf der vermeintlichen Apple-Seite einzutragen. Wir sind inzwischen bei einigen Minuten und nicht mehr bei den versprochenen, gottverdammten 30 Sekunden. Hier steht jetzt vier. Da steht zwei iPhone übrig. Und wir sind noch nicht mal ansatzweise am Ende angekommen, weil wir müssen jetzt gucken, wer ist hier verantwortlich. Im Imprezum steht Delete World Online Generation Limited aus Irland. Blöd, Irren sind so nette Menschen. Und dann sind da solche Feiglinge dazwischen, die Menschen mit solchen Geschichten in eine Datenfalle locken und für endlosen Telefon-Terror in Deutschland verantwortlich sind. Das Amtsgericht Corr könnte ruhig mal was machen. Vielleicht sollten wir da mal anrufen. Mit Rakesh, der kann ganz gut Englisch. Schöne Geschichte, die sind verantwortlich. Hier steht nicht Apple, hier steht nicht Amazon oder sonst irgendjemand, der eine reale Beziehung zu Kunden führt, sondern Leute, die real mit Kundendaten arbeiten und diese für teuer Geld weiterverkaufen, wenn Menschen so leichtgläubig oder blöde sind, sich bei solchen Geschichten tatsächlich einzutragen. Wir schauen uns an, wenn wir hier jetzt unsere Daten eingeben. In diesem Fall ist das einfach wieder der liebe Rakesh, der irgendwann irgendwo Geburtstag hat. Da hast du hier eine wunderschöne Liste von vielen, vielen Firmen, die viel, viel Geld dafür geben, dass sie auf dieser betrügerischen Seite erscheinen, um Kundendaten abzugreifen und ein vermeintliches Werbeeinverständnis zu sammeln. So, wer ist hier zum Beispiel dabei? Energiekostenreduzierer 24, wenn du das tausendmal am Tag sagen musst, wenn du dich am Telefon meldest, tust du mir fast schon leid, aber auch nicht, weil du hast dir den scheiß Job selber ausgesucht. Hier haben wir jetzt eben hauptsächlich wieder Medienvertriebe. Hier siehst du wieder Teletag, Media, Türkei, guck mal, Geschäftsbereich, Tippgemeinschaft. Ah, guck mal, die sind neu in der Geschichte hier. Vitamed ist mir jetzt auch noch nicht bekannt, denn Schlafqualität ist Lebensqualität. Da, super, auch wieder Österreicher, Kontakt per Telefon oder Post und dann gibt es noch diese Firmen, die dich anrufen möchten. Schön, dass hier mal mit Logo drin ist, dann muss ich nicht alles vorlesen. Ich denke, die meisten werden euch bekannt vorkommen, entweder weil sie notorisch dafür bekannt sind, Telefon-Terror zu betreiben und dafür von der Bundesnetzagentur auch schon hohe Strafen bekommen haben, wie zum Beispiel Diener von Dogs oder weil es verdammt Unternehmen sind, die jeder kennt und die es eigentlich nicht nötig haben sollten, bei so einer Scheiße hier mitzumachen. Wie auch immer, jede dieser Firmen bekommt euer Einverständnis, auch wenn es rechtlich nicht verbindlich ist, euch anzurufen und wird von diesen Daten mit Sicherheit auch Gebrauch machen, weil sie viel Geld dafür bezahlen. Schöne Sache, nicht wahr? So, dann wollen wir hier uns einmal weiter angucken. Wir wollen natürlich mitmachen. Das ist Frau Rakesh, natürlich. Selbstverständlich. Wir haben hier immer noch unsere schönen Fake-Daten aus einem anderen Projekt. Wir möchten keinen Reisegutschein, Mobiltelefonnummer haben wir nicht. Und jetzt kommt wieder diese Geschichte, mit der die ganzen Firmen, die ihr gerade gesehen habt, einschätzen möchten, womit kann ich diesen guten Menschen ködern. Weil warum sollte Diener von Dogs dich anrufen, wenn du keinen Hund hast? Warum sollte Reichsgraf von Ingelheim dich anrufen, wenn du keinen Wein trinkst? Warum sollte Cura Blue dich anrufen, wenn du keinen Angehörigen hast, der einen Pflegegrad hat? Hier wird evaluiert, was lohnt sich, das Leute anzurufen, was kann man denen andrehen? Und es ist an euch, gar nicht erst auf diese Seite zu kommen, sondern bei Facebook, als Pop-up, bei E-Mail, bei WhatsApp, immer gleich zu erkennen, da will einer meine Daten, da will mich einer verarschen. Und ich bin schlauer als der, ich falle nicht darauf rein. Und ich bin zudem ein guter Mensch und warne andere davor, damit sie nicht in diese Schleife von endlosem Telefon-Terror reinrutschen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, für eure Unterstützung, die ganzen Hinweise auf die Daten fallen, die ihr mir gerne, mich auf Facebook bei Beiträgen markieren könnt, mir eine Nachricht, ein E-Mail oder einen Kommentar schreiben, dann kann ich mir das angucken und gegebenenfalls ein Video dazu machen, um euch und andere aufzuklären. Vielen Dank natürlich auch an die Fraktion Patreons, an die ganzen aktiven Unterstützer, die mir mit den vielen Kleinigkeiten eines Ziegenkanals jeden Tag weiterhelfen. Ohne euch wäre es nicht möglich oder zumindest sehr, sehr anstrengend. Vielen Dank, bis zur nächsten Folge, die mit Sicherheit kommen wird, denn die Schweine geben nicht auf.